Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Koya Barkhorn und am anderen Ende der Leitung habe ich Richard Dittrich von der Börse Stuttgart. Und da passiert natürlich immer sehr viel an so einer Börse und umso mehr Fragen werden ständig gestellt. Und ja, Richie, ich freue mich sehr, dass du wieder heute dabei bist und hast ja einige Fragen wieder mitgebracht und dir rausgesucht. Ja, hast du die ja gesammelt, genau. Also ausgesucht haben wir nicht. Wir haben gesagt, wir nehmen eigentlich alles mit. Wir scheuen vor keiner Frage. Du hast ja bei dir im Instagram eine kleine Umfrage gestartet. Wichtig, du hast dieses Foto hier auch benutzt. Nicht, dass ich zur Straße falsch angesprochen werde. Das hier, ganz wichtig, nicht Richie. Richie, das andere war der Jürgen Dietrich, der falsch geschrieben mit IE, mit dem ich öfter auch mal Webinare zusammen mache. Aber das ist nur so am Rande. Wir steigen gleich ein. Ich glaube, wir haben elf oder zwölf verschiedene Fragen, die du zugeschickt bekommen hast. Ja. Und das sind alles wirklich gute, interessante Dinge dabei. Bei einigen habe ich nur die Frage. Das machen wir auf der Tonspur. Bei einigen Sachen habe ich noch ein bisschen was grafisch aufbereitet, weil es dann einfach leichter fällt. Lass uns aber einfach mal anfangen mit der ersten Frage. Ja, und zwar, warum fliegt die Deutsche Bank nicht achtkantig aus dem DAX? Also wichtig erstmal, der DAX ist natürlich nicht irgendwas, wo man voten kann. Sorry, lieber DAX, du hast heute kein Foto, kommst nicht weiter. Das ist nicht der Fall, sondern es gibt ja ganz klare Richtlinien, wie Aktien in diesen Index aufgenommen werden oder eben auch, wann sie wieder rausfliegen. Dass ich diese ganzen Richtlinien genau anschauen will, da hast du genau mit diesem falschen Jürgen Dietrich mit IE schon mal ein Video gemacht, vielleicht links ist mal drunter, dass man genauer sehen kann, welche Bedingungen führen denn dazu, dass eine Aktie dazukommt oder eben rausgestrichen wird. Also erste, zweite Bundesliga vom DAX und MDAX oder in die andere Richtung. Was aber auch noch interessant ist, auf der Seite der Deutschen Börse, hier habe ich auch mal einen Link, den packst du vielleicht auch bei dir rein, kann man sich Excel-Sheets herunterladen, wo man genau sieht, welche Aktie ist momentan beim Umsatz und bei der Marktkapitalisierung auf welchem Rang. Das heißt, daran kann man eigentlich ablegen, wer ist denn der erste Kandidat, der eventuell rausfliegt. Grundsätzlich ist ja immer im März und im September die regelmäßige Anpassungszyklen. Es kann auch bei ganz extremen Fällen, auch unter dem Jahr mal geschehen, aber normalerweise immer im März und September sind diese Tage, wo oder diesen Monat rüber angepasst wird. Und jetzt habe ich hier die Tabelle einmal sortiert nach der aktuellen Marktkapitalisierung am 31. Mai, von dem Stand war die Liste. Und da fällt auf, bevor die Deutsche Bank da rausfliegt, haben wir ganz andere Kandidaten, die eigentlich aufgrund der Marktkapitalisierung den DAX verlassen müssten. Also wie gesagt, nochmal, es geht ja nicht um Image oder es geht nicht um die Rechtsstreitlichkeiten, sondern es geht um diese zwei harten Fakten, Marktkapitalisierung und Umsätze. Und anhand von dem müsste er sich momentan ThyssenKrupp Sorgen machen. Auf Platz Nummer 39 ist nicht der Marktkapitalisierung. Das heißt, wir haben noch jede Menge MDAX-Werte, deren Marktkapitalisierung aktuell höher ist als die von ThyssenKrupp. Und auf der zweiten Zusammenfassung habe ich jetzt einfach mal das Ganze nach den Umsätzen sortiert. Also wie viele Transaktionen werden da eigentlich getätigt. Und da sieht man halt, auch hier ist die Deutsche Bank definitiv nicht das Schlüsselicht. Da gibt es noch Werte, die weitaus weiter hinten sein würden. Aber leider habe ich da momentan die Deutsche Börse mit der Deutschen Bank verwechselt. Bitte hier oben hinschauen. Das war leider in der Geschwindigkeit falsch gemacht. Warum haben die auch so gleiche Namen? Also oben Deutsche Bank, deswegen habe ich auch bis dahin das Ganze aufgenommen, wäre hier auf diesem Platz und es gibt noch jede Menge Werte, die zumindest von Umsätzen her, also wie oft wird gekauft und verkauft, wesentlich schlechter dastehen. Also die Frage, wann die Deutsche Bank rausfliegt, kann ich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, anhand dieser Daten sieht man eher ein anderes Unternehmensproblem als momentan die Deutsche Bank. Und was ja auch noch dazu kommt, damit auch ein neues Unternehmen aus dem MDAX aufrutscht wieder in den DAX, muss es ja nicht nur im Endeffekt, ich sage jetzt mal in Gänsefüßchen, besser sein, also größer sein, besseren Streubesitz und so weiter haben als jetzt der letzte Platz im DAX, sondern es muss gleich, ich glaube, besser oder mehr gehandelt werden und größer sein als die letzten drei oder sogar vier Unternehmen im DAX. Und deswegen ist es nicht so, nur weil jetzt irgendein einziges Unternehmen im MDAX größer ist als die Deutsche Bank, rutscht es automatisch direkt auf. Das reicht. Es ist eine Kombination aus diesen beiden Werten. Du sagst es nicht, ich komme gerade so rein, sondern man muss schon sich verdienen. Und bevor man dann aus dem DAX rausfliegt, ist es so, man muss beim Umsatzranking als auch beim Markenbasierungsranking auf Platz 35 oder tiefer gefallen sein auf beiden Rankings, damit man rausfliegt. Und da ist natürlich noch ein bisschen Luft bei der Deutschen Bank. Nochmal, Deutsche Bank steht hier oben, nicht hier unten. Mein Fehler, hier oben müsste es stehen. Und das ist ja wirklich schon noch viel Luft nach unten. Also da leider, oder was heißt leider, kann ich nur beantworten, Deutsche Bank hat da bisher Stand jetzt für die nächste Anpassung im September eigentlich nicht so große Panik zu haben. Da gäbe es andere Unternehmen, die mehr Probleme hätten. Nächste Frage. Nächste Frage, ja, die wäre vielleicht auch was für Norbert. Und zwar, der ist ja auch wieder da. Was hältet ihr davon, ein Unternehmen ausschließlich nach seinem Chartverlauf zu analysieren? Da gibt es jetzt ja total unterschiedliche Glaubensansätze, nenne ich das schon beinahe. Da gibt es einmal die Hardcore-Chartanalyste, die einfach sagen, hey, jede Nachricht, die irgendwo schon verfügbar ist, ist bereits im aktuellen Kurs enthalten. Ist auch im Kurs von vor zwei Monaten enthalten, die Nachricht von vor zwei Monaten. Und dementsprechend ist der Chart eigentlich das, das am optimalsten dafür geeignet ist, um die Bewegung der eigentlichen Aktie inklusive aller momentanen Nachrichten abzulesen. Das sind die einen. Und die anderen sagen, ja, Chartanalyse ist ja selbsterfüllende Prophezeiung. Nur weil alle glauben, an dem Punkt geschieht irgendwas, trifft es auch häufig ein. Nein, ich hüte mich jetzt davor zu sagen, die einen haben recht, die anderen haben recht. Häufig ist es einfach so, Chartanalyse ist einfach so eine Schwarmintelligenz oder auch eine Schwarmdummheit, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und wir Menschen sind halt sehr schwarmgetrieben. Das war schon in der Steinzeit so. Derjenige, der als Einzige nach links gelaufen ist, wird eher vom Säbelzahntiegel gefressen, als alle, die nach rechts gelaufen sind. Und darum fühlen wir uns halt wohler in der Masse. Leider erkennen wir aber häufig sehr, sehr spät, wenn eine Bewegung ins Negative gedreht hat. Das erkennen wir häufig viel zu spät und das macht es halt vielleicht ein bisschen gefährlich, was die Chartanalyse angeht. Man kann es zur Unterstützung nehmen, um zu sagen, wann tue ich etwas. Aber nur nach einem Chart zu sagen, bei welchem Wert tue ich es, kann ein bisschen riskant sein. Aber da muss jeder seine eigene Erfahrung machen. Ich schlage einfach vor, man kombiniert das beides zusammen. Absolut. Also man kann es ja auch mal vom Zeitraum der Investition abhängig machen. Nehmen wir jetzt mal Facebook, wo vielleicht manche Chart-Techniker ja bekanntlich sagen, the trend is your friend und sagen zum Beispiel, ja Facebook ist gerade total im Abwärtsstrudel und ich möchte jetzt innerhalb eines kürzeren Zeitraums darauf spekulieren, dass sie eben noch weiter abfällt und dann machen sie halt eben dazu ihre Chart-Analysen und so weiter. Und jemand anders, der einen langfristigen Horizont hat, für den ist es vielleicht in diesem Aspekt dann so, dass er sagt, ey der Trend ist in diesem Fall nur mein Friend, in dem ich halt mehr und mehr mich einkaufe. Also genau die gegenteilige Meinung hat, wie jetzt der andere Chart-Techniker, aber einfach nur vielleicht deswegen, weil er einen anderen Anlagehorizont und eine andere Art und Weise hat, Facebook zu analysieren und deswegen kann man es natürlich nicht pauschal weder auf die Strategie noch irgendwie auf den Zeitraum beantworten und sagen, ausschließlich dieser Chart-Verlauf ist interessant. Genau, ausschließlich, genau du sagst es richtig, ausschließlich nicht. Bitte beides anschauen, sich die Nachrichtenlage anschauen, verstehen. Finde ich es gerechtfertigt, dass die Aktie gerade abgestraft wird, dass sie fällt. Und wenn ich der Meinung bin, es ist gerechtfertigt, dann lasse ich bei fallenden Märkten, auch wenn das Chart vielleicht andeutet, es könnte eine Bodenbildung geben, erst mal den Finger davon. Wenn ich bei der Meinung bin, jetzt übertreibt der Markt aber extra, äh der Markt, Mark Zuckerberg und Markt, jetzt übertreibt der Markt aber sehr, obwohl der Markt die Aktien sehr nach unten prügelt, ich steige vielleicht trotzdem ein, gerade weil ich jetzt günstige Einstiegskurse sehe. Also wie gesagt, was magst du lieber für Eis, Vanille oder Schokolade? Da gibt es ja auch zwei verschiedene Meinungen. Und hier ist es sehr, sehr schwierig, die richtige Meinung zu finden. Und dementsprechend für den Anfang kombinierst und lernst dazu und guck dann, was einfach dir am besten liegt, was du am besten Erfahrungen gemacht hast. Hier gibt es sicherlich einige, die Kommentare schreiben, Chartalyse ist toll, die anderen sagen, es ist totaler Quatsch. Ist einfach so, da gibt es zwei verschiedene Meinungen. Du musst einfach nur wissen, wie setzt sich das ein und wie kommt diese Analyse eigentlich zustande? Häufig selbst erfüllende Prophezeiung. Okay, nächste Frage. Gut, nächster Punkt. Ja, und zwar kommt natürlich jedes Mal, kann man denn hier ein schönes Praktikum bei euch machen? Da muss ich unterscheiden, was schön heißt. Und ob jetzt hier ein Schüler frägt, der für zwei Wochen bei uns ein Schülerpraktikum machen kann? Nein. Also das hatten wir mal, aber wir wurden so überschwemmt. Und man kam dann theoretisch gar nicht mehr zum Arbeiten, weil man jede zweite Woche ein Schülerpraktikum da sitzen hatte. Es geht einfach nicht mehr. Was wir aber haben, also wenn man bei uns auf der Homepage mal ganz nach unten schaut, da gibt es den Punkt Karriere und dort kann man dann aktuell zwölf Stellen für Praktikas ausgeschrieben sehen, die normalerweise für ein Sechs-Modens-Praktikum während des Studiums gedacht sind. Also da gibt es schon jede Menge Sachen. Auch da den Link vielleicht einfach mal dazupacken und immer wieder schauen, ob etwas Interessantes dabei ist und ob es vom Zeitraum her passt, wo derjenige, der Interesse hat, einfach auch das Praktikum absolvieren kann. Aber man sieht, mit zwölf Stellen ist schon einiges geboten, wenn Interesse ist. Oder auch für Werkstudenten zum Beispiel. Auch das gibt es dann auch. Also das sind beides Praktikas und Werkstudenten. Ich habe jetzt mal beides hier zusammengefasst, dass man einfach mal sehen kann. Jemand, der eben nur ein halbes Jahr am Stück da bleiben möchte. Oder was natürlich auch möglich ist, du hast dann während des Studiums zwei, drei, vier Jahre, wo du halt bei uns nebenher als Werkstudent auch beschäftigt bist. Und dementsprechend Geld verdienen kannst, aber auch nach der langen Zeit natürlich einiges lernen kannst und viel mitnehmen kannst du da. Genau, also wenn ihr euer Gehalt ein bisschen aufbessern wollt, für den Wertpapiersparplan könnt ihr auch mal euch die Werkstudentenstellen angucken. Also wenn ich überlege, einige Werkstudenten, die bei mir als Werkstudent angefangen haben, sind jetzt auch bei uns im Haus beschäftigt. Das ist ja nicht so, dass sie dann komplett außen vor sind, sondern wenn man halt schon Jahre mit der Person zusammengearbeitet hat und merkt hat, der hat diejenige, der hat was auf dem Kasten, Studien ist absolviert, dann kann es auch mal dazu kommen, dass man danach auch ein Jobangebot bekommen hat. Das war jetzt mehrfach der Fall. Soll aber nicht heißen, dass es automatisch dran ist. Also bitte nicht falsch verstehen. Ja, klar. Okay, dann ADRs und zwar sinnvoll oder lieber einen Bogen drumherum machen. Ja, dazu natürlich als erstes mal der ganz uneigennützige Hinweis. Wir haben dazu ja ein Video gemacht, hast du bestimmt auch schon aufgeschrieben hier, oder? Nee, habe ich jetzt in dem Fall nicht, aber das können wir uns ja auch mal anschauen. Das findest du ja auch gleich raus. Aber genau die Frage ist durchaus berechtigt. Aber vielleicht für all diejenigen, die sagen, ADR, meint ihr jetzt ARD und ZDF? Nein, ADRs, also diese American Depositive Receipts. Das heißt also Aktien, die in Amerika bei einer Bank hinterlegt sind. Und die Bank gibt dann so eine Art Zertifikat dafür raus, damit das Wertpapier handelbar ist. Zum Beispiel eine Gazprom, zum Beispiel häufig bei einer Samsung. Also gerade bei Werten, die nicht ganz so einfach bei uns oder in Amerika zu clearen, also von A nach B zu verbuchen sind, ist es ein häufiges Vorgehen, dass man einfach sagt, meistens ist es dann gesponsert, dass die Gesellschaft, Gazprom zum Beispiel, sagt, ich möchte, dass meine Werte auch in den USA gehandelt werden können. Aber die Zulassung der Originalaktie ist dort sehr kompliziert. Darum mache ich das einfach so. Komm, ich gebe einer gewissen Bank eine große Menge an Aktien, die hinterlegt sie bei sich. Diese Hinterlegung ist auch eine Art Sondervermögen wie bei einem Fonds. Also wenn die Bank pleite geht, hat es keine negative Auswirkungen. Sehr, sehr wichtig. Und dann kann eben so ein Wertpapier plötzlich auch in Amerika gehandelt werden. Es gibt manchmal Unterschiede, dass einige RDRs, vor allem die nicht gesponserten, also die ohne Zustimmung oder Mitwirkung des Unternehmens, sondern selbstständig aufgelegt werden, eine gewisse Gebühr dafür auch verlangen. Das kann dann sein, dass eben 5% von der Dividende einbehalten werden und danach geht das Ganze erst an die Aktionäre oder die Inhaber des RDRs. Und zum guten Schluss, es gibt auch welche, die nicht unbedingt nur 1 zu 1 die Aktie darstellen. Es gibt RDRs, die stellen nur eine halbe Aktie dar. Es gibt RDRs, die stellen 10 Aktien dar. Also bitte nicht sagen, ich habe jetzt hier 5 RDRs, aha, der eine ist besonders billig, den nehme ich und der andere ist viel zu teuer. Da lasse ich die Finger davon. Schaut bitte natürlich nach, was verbrieft diese RDR. Und im Schnitt, wenn man es auf Level 1 zu 1 bringt, wird der Preis identisch sein. Das ist mal zum Thema RDR. Ja, Bogen machen, ich meine, wenn es die einzige Alternative ist, heißt es ja nicht die Frage Bogen und den RDR machen, sondern Bogen um das Wertpapier machen. Wenn es allerdings die Aktie gibt und den RDR gibt, also ich meine, ihr könnt in Deutschland auch ein RDR auf die Daimler-Aktie kaufen, aber warum solltet ihr das tun? Also daher die Frage, beantworte ich es dementsprechend selber, wenn es keine andere Alternative gibt und ihr die Aktie haben wollt, dann müsst ihr diesen Wert kaufen. Es gibt auch noch sogenannte GDRs, also global hinterlegte Werte. Wenn ihr aber die Möglichkeit habt, die Originalaktie zu beziehen, jetzt darf ich nicht sagen, dass ich es empfehlen würde. Kolja, sag du doch mal, wenn es die Alternative gibt, was würdest du dann machen? Ja, immer den direkten und einfacheren Weg natürlich, aber ich sage jetzt mal so, ich, also meiner Meinung nach ist es jetzt nicht sonderlich risikobehaftet, wenn man jetzt ein ADR kauft. Ich habe jetzt noch nie irgendwie gehört, dass aufgrund dieser Konstruktion Anleger irgendwie auf Verlusten sitzen geblieben sind und nicht an ihr Geld gekommen sind oder halt irgendwie in anderer Art und Weise da was schief gelaufen ist. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, Hilfe, Zertifikat, auf keinen Fall und so weiter. Genau, also dieses Zertifikat ist ein Zertifikat, das getrennt vom Sondervermögen, also gesichert vom Vermögen der Bank ist, dementsprechend wie ein gesichertes Sondervermögen von einem Fonds. Und da ist dieses große, oh, die Bank fällt aus und dann ist das Ganze wertlos. Dieses Risiko hat man im Malfall dort nicht und dementsprechend sind die Riesen da sehr, sehr begrenzt. Und wenn es eine Alternative nicht gibt, dann schluckt man die Pille. Gibt bei manchen keine andere. Genau, richtig, gibt es sehr häufig. Auch China. Ist die Frage, genau, dann ist die Frage eigentlich obsolet, weil dann muss man entweder die Aktie, den RDA kaufen oder eben nicht in den Wert investieren. Das ist auch eine schöne Frage hier. Genau, was haltet ihr davon, einen kleinen Teil des Depots in Penny Stocks zu investieren? Ich kann ja vielleicht mal anfangen oder möchtest du? Ja, mach du nur. Ja, also genau. Das ist der erste Ding, wo du besser als Werden darfst. Ich würde schon einen kleinen Teil meines Depots, den ich aber natürlich genau definiere, in risikoreiche Papiere stecken. Sei es jetzt, ob man sagt, ich mache Kryptowährungen oder vielleicht P2P oder vielleicht hochriskante Junk Bonds oder was auch immer. Da kann man ja reinmachen, was man will. Aber ich würde definitiv jetzt keine Penny Stocks nehmen, weil mir da einfach die Chance und Risiko, das Verhältnis einfach zu schlecht ist. Ich kann mir auch ganz kleine Unternehmen raussuchen, die vielleicht nur 5 Millionen Marktkapitalisierung haben an der Börse, die aber trotzdem noch ein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Und die nicht einfach, keine Ahnung, irgendwo in Kanada an irgendeiner Mine herumdoktoren, wo du überhaupt gar nicht weißt, fließen da irgendwelche Umsätze, wie ist da die Transparenz und so weiter. Das heißt, ich würde nicht in diesen extrem risikoreichen Penny Stock Bereich reingehen. Das ist mir einfach zu spekulativ. Also dann würde ich lieber gleich zum Roulette gehen. Oder Poker spielen, davon haben wir es vorgehabt. Das ist schon wieder nicht ganz so ein akkurater Vergleich. Ja, da kann man ein bisschen mehr draus machen, bestimmt schon. So ist es. Es hat nicht nur Glück. Da spielt sich der Gegner aus. Aber vielleicht auch von meiner Seite zu der Frage, wir sollten erst mal definieren, was bezeichnen wir denn als Penny Stock. Nur weil der Wert günstig an der Börse ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass das Unternehmen zwangsläufig automatisch schlecht sein muss. In Amerika gibt es einen sogenannten Pink Sheet, also die rosa Unterbäsche als Handelssegment. Das sind wirklich die Werte, die nicht nur sehr günstig sind, sondern auch, du hast es gerade richtig gesagt, die Marktkapitalisierung extrem gering ist. Und dann müsst ihr einfach vorstellen, warum kauft ihr das? Bitte nicht, weil auf Wall Street Online irgendjemand mit zehn verschiedenen Accounts Selbstgespräche führt und die Wertpapiere hochlobt. Sondern wenn ihr sagt, es gibt es ja logisch einfach, aber wenn ihr sagt, ich kann die Unternehmensstory verfolgen. Und bitte, wenn ihr eine amerikanische Aktie kauft, dann müsst ihr Englisch können. Wenn ihr eine chinesische kauft, dann solltet ihr die Heimatmachtsprache können. Und wenn bei so einem Pennystock in Deutschland mehr Umsatz ist als am Heimatmarkt, solltet ihr hellhörig werden. Das ist schon mal sehr, sehr eigenartig. Also grundsätzlich muss es nicht schlecht sein, aber das Risiko, wie gesagt, ist extrem hoch. Und häufig ist halt die Informationsbeschaffung unglaublich schwierig bei solchen Werten. Und daher ist es natürlich sehr, sehr, sehr heikel und ist einfach ein extremer Glücksfall, wenn man da ins richtige Papier investiert. Man kann es tun, aber wie du gesagt hast, es muss einem klar sein, ich habe einen High-Risk-Investitionsbereich. Ob es jetzt ein Krypto oder sowas hier wäre, da kann jetzt jemand streiten. Manche sagen Krypto war sicherer, andere behaupten sicher nicht Pennystocks. Man muss auch viel bewusst sein, das Geld sollte man so gut wie abgeschrieben haben, dann funktioniert es vielleicht. Aber eine Frage ganz kurz an dich, Kocher, von meiner Seite. Ich sage definitiv, und das kennst du ja meine allgemeine Meinung, aber ich sage definitiv, Kryptowährungen sind viel sicherer als die meisten Pennystocks. Das soll was heißen bei dir. Das soll was heißen. Ich wollte nicht so aggressiv sein, sonst heißt es gleich wieder, ich schwenke die hier Bisonwerbeflagge. Deswegen habe ich es extra vorsichtiger definiert. Aber eine Frage an dich, du hast ja gerade selber gesagt, einen gewissen Prozentsatz. Wie gehst du eigentlich vor? Tust du dann irgendwann mal das Ganze wieder in die richtige Bahn lenken? Also wenn deine Risikobereiche und Unternehmen extrem gut gelaufen sind, extrem gestiegen sind, fängst du dann wieder an, das Ganze zu switchen und von dort wieder auf die 30% zu kappen? Also ein Rebellings vorzunehmen oder lässt es einfach laufen? Genau, also wenn man halt sieht, meistens ist es ja so, dass der normale Anteil der Aktien und so weiter im besten Fall auch steigt im Wert. Und wenn dann sozusagen auch der Anteil an Pennystocks oder halt eben an anderen risikoreichen Investments steigt, dann gleicht sich das so ein bisschen aus. Aber es gibt schon auch die Situation, dass man halt erkennt, wenn jetzt zum Beispiel der P2P-Anteil bei mir zu groß wird und der Aktienanteil immer kleiner und kleiner, dass ich halt dann, je nachdem, wie ich halt aktuell die Risikolage einschätze, dann natürlich auch Umschichte wieder. Also ich glaube schon, man sollte da irgendwie, gerade was jetzt Pennystocks betrifft, weil man muss ja immer wissen, nehmen wir mal an, du sagst jetzt 5% deines Depots, ja. Egal ob jetzt 5% oder 10%, das ist halt alles Geld, was sich auf Dauer schöne ETFs verzinsen könnte über die Jahre. Das heißt, ich glaube nicht, dass man da sehr hohe Prozentanteile von 10% oder mehr ansetzen sollte, sondern wenn dann überhaupt eher so 5% oder sogar noch weniger. Und die sollte man dann auch einhalten, ja. Einhalten. Und wenn die Pennystocks mal extrem gut laufen, und dann vielleicht mal überlegen, aber dann wieder dort ein Stückchen rausnimmt, dass die 5%-Grenze jetzt nicht tagtäglich, aber ab und zu mal so im Halbjahrestakt ein Rebuildings vorgenommen wird. Absolut. Ich habe zum Beispiel das bei P2P auch gemacht, dass ich einfach so geguckt habe, okay, in den Zeiten, wo es halt mehr und mehr sich angesammelt über die Auto-Invest, dass ich eben auch aus jeder Plattform immer mal wieder so ein bisschen was rausziehe, einfach um so mein Anfangskapital nach und nach wieder rauszuziehen, ja. Ja, das ist auch so ein extremes Risiko, plötzlich im P2P-Bereich, und das Ganze läuft aus dem Ufer, macht dann durchaus Sinn bei sowas. Also so Rebellings hin, ich weiß nicht, wie weit da schon mal so ein Video dazu gemacht hast, sicher auch interessant. Ja, etliche. Okay, dann überspringen wir das Thema, wir kommen zu der Frage Nummer 6. Am besten ist halt beim Rebalancing immer durch Zukäufe zu machen, ja, und nicht immer durch Verkäufe und Zukäufe. Genau, ja, Richi, die Frage geht natürlich so ein bisschen in deine Richtung, ja. Also was ist hier mit Digitalisierung und so weiter und Industrie 4.0, aber warum gibt es die überhaupt noch Börsenhandelszeiten, ja. Ich meine, warum können wir nicht endlich Samstag, Sonntag und am besten auch noch am Feiertag handeln? Jetzt müsste man mal eine Umfrage starten, wer würde nachts am Montag um 4.30 Uhr gern handeln? Und die Frage würden wahrscheinlich relativ wenig beantworten und das ist schon das Risiko dahinter. Zu illiquiden Zeiten sind die Preise so dermaßen schlecht, weil einfach wenig Teilnehmer am Markt vorhanden sind oder einfach, weil so wenig vorhanden sind, andere, die Liquiditätsspenden in Unternehmen ein großes Risiko haben und deswegen die Spreads sehr weit machen, dass es einfach unattraktiv ist. Also ganz ehrlich, es macht keinen Sinn und momentan, wie gesagt, nachts um halb vier einen Börsenplatz bei uns hier in Deutschland aufzumachen für deutsche Werte, weil diejenigen, die dann handeln würden oder gern wollten, sind so wenige, dass wir aufgrund einer normalen Situation vielleicht 2 Cent Spread, also Unterschied zwischen Kauf und Vorkauf haben, aber eben um diese Nachtschlaf in der Zeit das Ganze auf 20 Cent Spread geht und diejenigen, die dann handeln wollten, die schauen da mal drauf und sagen, wollen würde ich ja doch ganz gerne, aber nicht zu den Bedingungen und sie würden es dann wahrscheinlich nicht tun. Also aus dem Grund, wir haben ja schon recht lange Öffnungszeiten, wir haben ja bis 22 Uhr verlängert, damit wir mit Amerika zusammen handeln, aber danach ist einfach der Markt so illiquide, so dünn, dass es einfach keinen Sinn macht und gerade bei uns, ja, wir haben noch 60, 70 Händler da, die müssen auch bezahlt werden, aber auch wenn du nur, in Anführungszeichen, ein elektronisches Handelssystem am Laufen hast, das kostet auch Geld, du hast dann irgendwann keine Wartungsfenster mehr, wo du Updates aufspielen kannst und so weiter, das ist jetzt schon ein Problem, von 22 bis 8 Uhr ist es manchmal ganz schön knapp, die ganzen Systeme richtig zu warten und darum stoßen da verschiedene Positionen an Grenzen, dass man sagt, also wenn es wirklich mal alle haben wollen und das Geld dafür bezahlt wird, wird es sicherlich auch kommen, aber solange man einfach sagt, die Risiken sind so groß, die Preise sind so schlecht, die da eingeboten werden würden, die Gebühren, da muss man vielleicht Nachtzuschlag sogar noch machen, da verzichten wir drauf. Klar, weil ja das Personal nachts auch teurer ist und so. Richtig, oder auch einfach, auch wenn wir nur eine elektronische Börse hätten, da muss trotzdem jemand auf Abruf sein, wenn die Elektronik mal ein Problem hat, ein Systemadministrator, der was machen kann und so weiter. Also da hängt mehr dahinter, man kann nicht nur sagen, lässt du halt ein PC durchlaufen und gut ist, das ist schon ein bisschen umständlicher. Und darum aktuell ist noch nichts in Aussicht, dass es kommen wird. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, was unbedingt in der Nacht so passiert ist. Wenn man jetzt so mal einen Geistesblitz hat, mitten in der Nacht, dann kann man sich das auch schnell auf den Notizblock aufschreiben, dass man sich am nächsten Morgen dann wieder daran erinnert und kann man ja ab 8 Uhr morgens oder so sowieso wieder anfangen zu haben. Also die Order aufgeben kannst du ja auch schon nachts, aber sie wird halt erst beim Börsenbeginn von uns entgegengenommen und dann verarbeitet. Anders geht das nicht. Okay, dann die nächste Frage und zwar, werden auf der Bison-App auch tatsächlich richtige Kryptos hinterlegt? Und das war so ein bisschen abgeschnitten bei Instagram. Da war noch irgendwas danach, was der geschrieben hatte, aber das habe ich leider nicht mehr mitlesen können. Aber die Antwort kann ich trotzdem geben, ja. Ja, also Bison ist keine, sag ich mal, CFD-Dattelbude, wo man einfach nur, wir tun so, als hätten wir Kryptos und wenn der Kurs steigt oder fällt, kriegst du Differenz von einem Einstieg. Nein, bei jeder Transaktion, die getätigt wird, wird sofort in der gleichen Sekunde die Gegentransaktion getätigt. Die entsprechenden Kryptos werden von uns gekauft und auf einer eigens dafür gegründeten Gesellschaft, auf einem sicheren Storage, verwahrt. Das heißt also, das ist wirklich hundertprozentig, die ganze Kryptomenge, die gekauft wird, sind auch alle vorhanden und dementsprechend hat man natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, das Ganze sich auf seine eigene private Wallet auch ausliefern zu lassen. Also das zeigt ja schon, du hast über die Apps schon jetzt die Möglichkeit, deine Kryptos dir ausliefern zu lassen, also müssen wir die aktuell ja auch kaufen und sind wirklich alle komplett vorhanden. Also das ist ganz wichtig, weil wir wollten es damit ganz klar unterscheiden von vielen anderen Apps, die es jetzt schon gibt, wo man so tut, als würde man Kryptos handeln, aber die Kryptos gar nicht vorhanden sind in diesen Programmen, sondern es eben über andere Wege abgebildet wird. Wir gehen den klassischen Weg und sagen, jawohl, ist alles definitiv vorhanden. Ist auch ganz wichtig dafür. Wunderbar. Dann die nächste Frage und zwar, warum weigern sich Banken Knockout auf US-Werte zu emittieren? Also weigern ist jetzt der falsche Begriff. Oder tun sich schwer. Genau, seit dem 1.1.2011 trat in den USA das H71M in Kraft. Das ist ein Gesetz für die amerikanische Steuerbehörde. Mit dem Hintergrund einfach, sie wollten verhindern, dass nicht US-Personen, die nicht eine Aktie kaufen, sondern ein Derivat auf die Aktie, so die Quellensteuer umgehen können. Und bis zu dem Zeitpunkt hätte man theoretisch über so einen Derivat eigentlich die Quellensteuer, die bei der Dividende anfallen würde, umgehen können. Seit dem 1.1.2017 ist das nicht mehr der Fall. Und betroffen sind da vor allem die sogenannten Delta-1-Produkte. Delta-1 heißt, ein Produkt, das sich fast eins zu eins mit der Aktie mitbewegt. Die Aktie steigt um einen Dollar, das Produkt steigt, Währungskurs bereinigt, auch um einen Dollar. Das sind meistens halt Knockout-Produkte und Indexzertifikate. Es kann auch sein, dass es ein Optionsschein ist, der im Geld ist, der dann wirklich auch sehr, sehr stark mitläuft. Wichtig ist aber auch hier, es liegt nicht an den Emittenten. Ich habe jetzt mal zum Spaß mir angeschaut, auf die Microsoft haben wir aktuell 1.432 Knockout-Produkte. Entscheidend ist, ob die Bank, was ihr euer Depot habt, im Hintergrund das regulatorisch so aufgestellt hat, damit sie dieses 871M auch abwickeln kann. Denn es gibt in Deutschland vier Banken, das wurde mir vor, ich habe kurz vor mit dem Stefano von Sock-Gentlefen hier, danke dafür, er hat mich informiert. Seiner Meinung nach gibt es momentan vier Banken, die das abwickeln können. Das wäre durch FlatEx, ING, Max Blue und die kommen direkt. Bei denen kann man diese Produkte handeln. Bei vielen anderen Online-Broker, die intern die Abwicklung noch nicht sauber dargestellt haben, kann man die Produkte momentan nicht kaufen. Also Schuld sind dann häufig nicht die Emittenten, sondern häufig die Banken, die diese Prozesse noch nicht sauber haben. Und dementsprechend ist es gerade für viele Anleger schwierig, Knockouts auf amerikanische Werte zu kaufen. Grundsätzlich ein Problem, ein bisschen weniger Assoptionsscheine, ja, aber vor allem ein Bankenproblem, dass sie die Abwicklung nicht sauber hinkriegen von der Steuermindergrund. Also dementsprechend, wenn ihr eine Bank mal anruft und gerade mal das Reizwort 871M nennt, sollte die Bank eigentlich wissen, jawohl, wir sind in der Lage dazu oder nicht, fragt einfach mal nach und hoffentlich habt ihr dann die richtigen Banken am Start. Also keine Vollständigkeit, ich hoffe, es sind die vier, wenn es weitere gibt, seid nicht böse. Wenn ich eine vergessen habe, mit bestem Wissen und Gewissen habe ich es weitergegeben. Da kommen wir auch schon zur nächsten Frage, die passt da ganz gut dazu. Genau, und zwar nämlich wollte jemand wissen, warum man nicht, wenn er jetzt einen Broker sich eingerichtet hat, eigentlich man sämtliche ETFs, alle Wertpapiere, Produkte halt an jedem Broker handeln kann. Nun ja, ich kann natürlich da erst mal zu sagen, es ist halt so, warum kann man nicht in jedem Kiosk alle Produkte kaufen, ja. Da hätten wir ganz schön viel Lagerfläche im Hintergrund. Aber ich habe die Frage extra hierhin gehängt, weil man sieht ja schon, zum Beispiel liegt es an diesem 871M, weil einfach manche Banken das von der steuerlichen Abwicklung nicht auf die Reihe bekommen haben bisher. Und deswegen kann man halt einige Knockouts dort nicht kaufen. Andererseits ist es so, es gibt DeGiro, da bist du auch Kunde, die haben zum Beispiel nur einige Börsenplätze und nicht alle angebunden. Genau. Wenn halt manche Produkte auf manchen Börsen gehandelt werden, die Börse aber nicht angebunden ist, dann fallen die Produkte einfach weg. Genau. Grundsätzlich sollte eigentlich aber jede Bank jedes Produkt, das bei dieser Börse gehandelt ist, auch handelbar machen. Also da sollte es eigentlich keine Einschränkungen geben. Die Einschränkung ist eher von der Abwicklung im Hintergrund und welche Börsenplätze sind angebunden, da gibt es die große Unterscheidung. Aber ansonsten sollte eigentlich jeder Broker Zugang zu jedem Wertpapier angeben. Genau. Es ist ja aber auch einfach eine Sache der Spezialisierung eines Brokers. Wenn der jetzt zum Beispiel sagt, wir sind ein absoluter Discount-Broker und wir wollen halt irgendwie den allergünstigsten Handel auf irgendeine Art und Weise ermöglichen, da gibt es ja nicht mal zum Teil Kurswerte und Taxen und so weiter. Das heißt, du kaufst dann irgendwie eine Aktie, musst du aber erst mal an irgendwelchen anderen Informationsportalen einfach erst mal die aktuellen Preise anschauen. Datensammeln, ja. Weil genau, nämlich diese Lieferung von diesen Preisen ja auch Geld kostet ein Broker. Und deswegen kann man auch immer sagen, es hängt einfach auch von der Strategie des Brokers ab. Jetzt gibt es ja dieses Trade Republic und so. Die handeln ja, glaube ich, auch nur über die Börse Hamburg oder Lang und Schwarz. Nee, die handeln ja über keine Börse. Die handeln nur über Lang und Schwarz. Nur über Lang und Schwarz, genau. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein Punkt, wo man dann natürlich sagen kann, ja, das liegt natürlich dann Was bieten Lang und Schwarz an in dem Fall? Was bieten die an? Und wenn sie halt einfach bestimmte Wertpapiere nicht abdecken, kann man logischerweise dort nicht handeln, ja. Richtig, also Lang und Schwarz zahlt Trade Republic dafür Geld, dass Trade Republic Lang und Schwarz Orders übermittelt. Und dementsprechend wird Lang und Schwarz auch nur die Orders entgegengeben, mit denen sie im Hintergrund Gewinne machen können, weil sonst würden sie es nicht tun. Genau. Logische Einfahrechnung. Genau. Und auch hier müsst ihr immer gucken, nicht jeder Broker, der irgendwie an der Vordertür ein Schild hat, wo steht kostenfreier Handel und hier zahlt ihr nur ein Euro oder so, ist unbedingt auch immer dann der günstigste. Dazu habe ich mit Richie ja auch schon ein Video gemacht, wo wir erklären haben, so zwei Unterschiede zwischen Produktkosten und Versandkosten, okay. Also wenn man kostenlosen Versand angibt, aber das Produkt teurer ist, bringt es einem auch nicht so viel. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass bei Brokern eben auch an anderer Stelle Gebühren anfallen können, wie zum Beispiel bei ausländischen Dividenden und so weiter, die dann wiederum natürlich dazu führen können, dass je nach Strategie dieser Broker dann teurer ist als vielleicht ein anderer. Deswegen immer genau diese Gebühren genau anschauen und nicht irgendwie reinfallen auf kostenlosen Handel oder so. Und wenn die Sachen, die was kosten, für mich eh uninteressant sind, sorry, dann ist es vielleicht der richtige. Wenn ich aber für jede Order, Löschung und Änderung nochmal 5 Euro zahlen muss und ich öfter hin und her laufe, dann ist es einfach der falsche Broker für mich. Also da, wie du gesagt hast, nicht nur auf Gebühren reinfallen, sondern gucken, was fällt denn sonst noch so an. Da haben wir hier nochmal eine schöne Frage. Genau, wird es eine tokenbasierte Börse geben an der Börse Stuttgart? Die kam vom Dividenden-Alex aus irgendwo Singapur oder wo auch immer. Da sitzt es wieder irgendwie in China rum oder sonst irgendwo. Das wäre auch eine komische Worts- und Satzbau. Also mal grundsätzlich, wer die Presse ein bisschen beobachtet in dem Bereich, ja, wir werden dieses Jahr noch eine Krypto-Exchange aufmachen, nicht verwechseln. Bison ist ein System, wo einfach ihr direkt mit der Eubax handeln könnt. Hier sind wir gerade dabei, wirklich einen Platz aufzumachen, der reguliert ist, bei dem dann auch der Handel stattfinden wird. Sobald es dann Neues gibt, weil da haben wir eigentlich es auf der Pfanne, wo ich noch ein bisschen stillschweigen verhalten muss, machen wir da zusammen gerne ein Video. Vielleicht hat man Alex auch mit dazu, der hat vielleicht auch ein paar lustige Fragen. Das wird eine ziemlich interessante Sache und die nicht nur Kryptos alleine betrifft, so wie wir schon mal gesagt haben, Näheres, sobald ich mehr zusammen darf. Auch Aktien vielleicht. Naja, das sind ja keine Kryptos, aber jetzt warten wir es einfach mal ab. Na gut, okay. Haben wir da noch eine Frage oder ich glaube, das war's? Ja, eine haben wir noch. Eine haben wir noch. Okay. Ja, und zwar, warum gibt es eigentlich so viele Börsen in Deutschland? Ich glaube, es gibt ja, ich habe auch mal ein Video gemacht, da habe ich glaube ich mindestens 10 Börsen oder so gezählt. Ja, das ist doch in keinem anderen Land. Sieben? Okay. Sieben. Börse Hamburg. USA gibt 17. Okay. Also nur, weil wir es hier nicht wissen, dass es in Amerika 17 Börsen gibt, heißt es ja nicht, dass es so ist. Ich glaube, die wenigsten Amerikaner wissen, dass es in Düsseldorf eine Börse gibt oder in Hamburg. Oder Berlin. Aber es ist ja trotzdem so. Ja, da gibt es ja zwei. Also aktuell Stuttgart, München, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, die können eigentlich zusammen. Berlin und Trade geht nochmal Berlin. Das wäre so die Anzahl, die wir haben. Hast du auch Frankfurt genannt? München, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Entschuldigung, Frankfurt, Berlin und dann sind es acht. Och, die hätte ich ja fast vergessen. Und da müssen wir auch fairerweise sagen, Frankfurt gibt es ja eigentlich zwei Börsen, Xetra und den normalen Handel in Anführungszeichen. Aber eben habe ich immer bei Wikipedia angeschaut, weil ich wusste, es gibt definitiv in den USA ziemlich viele. Dass es so viele sind, da war ich dann auch überrascht. Aber da habt ihr auch mal einen Link dazu, da könnt ihr mal drauf schauen. Und auch so in Kanada gibt es glaube ich auch 506 verschiedene Börsen. Also man kriegt halt aus unserer Sicht von Deutschland natürlich nicht mit, wie viele das sind. Aber es gibt dort wesentlich mehr Börsenplätze und genauso wissen die halt bei uns nur von Frankfurt wahrscheinlich und von mir nicht. Aber man sieht, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Warum das bei uns so ist, das ist einfach historisch gewachsen. Also man sieht ja hier, dass in Amerika viele Börsen im Jahr 2000 und danach noch ins Leben gerufen wurden. Bei uns ist es eher 150, 200 Jahre in der Vergangenheit, als es noch verschiedene Länder und Fürstentümer in Deutschland gab. Und dann überall halt die eigenen Börsenplätze aufgemacht wurden, deswegen historisch gewachsen und nicht wie in Amerika in den letzten 20 Jahren aufgestanden, sondern wirklich sehr, sehr lange der Fall gewesen. Jedes Fürstentum, jedes Land hat seine eigene Börse gehabt, solange die noch wirtschaftlich arbeitet, bleibt sie bestehen. Bremen ist vor einigen Jahren zum Beispiel verschwunden, weil sie einfach nicht mehr wirtschaftlich handeln konnten. Das heißt also nicht, dass wir immer auf diesem Stand bleiben werden. Es kann sich da immer wieder was tun. Stand jetzt haben wir einfach noch einige Börsen am Start. Genau. Söpulat Angebot und Nachfrage halt. Richtig, genau. Solange man einfach noch ein Produkt findet oder ein Angebot findet, was man gut darstellen kann, wo die Anleger in Anspruch nehmen, dann kann man weiter bestehen bleiben. Wir waren im Jahr 99 die zweitkleinste Börse. Das heißt, es zeigt also, man muss sich bewegen, man kann auch recht weit nach vorne wieder mitspielen. Wenn man halt nichts mehr tut, dann verschwindet irgendwann in der Versenkung. Das ist ganz klar. Ja, so sieht es aus. Also immer schön aktiv bleiben und damit das auch so bleibt, immer schön den Kanal auch der Börse Stuttgart abonnieren bei YouTube und verfolgen, was die dort machen auf Instagram. Extended Version von Fragici heute mal. Genau, ja. Und dann haben wir jetzt noch ein zweites Video, was wir gleich noch aufnehmen werden. Da haben wir mal genau uns den Hebel vorgenommen. Also was ist eigentlich genau ein Hebel und wo kommt eigentlich ein Hebel? Nicht nur an der Börse, sondern sonst noch so überall zum Einsatz und wo muss man da unbedingt drauf achten? Das kommt jetzt im nächsten Video noch, aber ja, ihr könnt erstmal hier auch eine Kaffeepause machen von mir aus, denn die Videos kommen ja zeitversetzt online und von meiner Seite aus schon mal schönen Feierabend. Bis gleich dann wieder. Ciao. Ciao. Ciao.